Das war's, das ist alles. Okay, vielleicht gibt es ein Geheimrezept für das Frühstück. Was hast du heute gefrühstückt? 17. Ganz normal? Müslig? Nein. Nutella. Nutella. Wer ist einverstanden, ob das Nutella das beste Frühstück auf der ganzen Welt ist? Martha. Okay, einverstanden. Willst du so etwas sagen? Freust du dich? Danke. Danke.